na super sound back da ist der nächste punkt alle da los runter sauber keine ahnung wer das ist aber er ist es nicht lass mal sehen hex hast recht ist er nicht der kerl hat ein paar interessante sachen bei sich sat phone telefonkarten 50.000 us-dollar aber die gute nachricht er sagt er weiß wo kirilenko ist er will es uns sagen wenn wir ihn gehen lassen gib uns ein paar sekunden okay das ist er bestimmt wie lange glaubst du zehn sekunden bingo verdammt hier herr männer okay ich habe kirilenkos position marines wir brauchen eure hambys und waffen was sie wollen sie die maske nicht abmachen denn gesagt hat nichts nur warum wir hier sind und er knickt einfach so ein ja er hat familie in justen manchmal sind soldaten auch noch menschen mal soldaten sind auch noch menschen oh was kommt denn jetzt keine sammelobjekte mehr was in an konga goa village alles klar und das lädt so lange mein fahnenkreuz habe ich schon mal los okay wir wissen nicht was uns bei der brücke erwartet also augen auf verstanden der gewann wir sind für alles bereit das wird harry ich würde bestimmt aus vorsehen alle erschießen in echt dann irgendwie so herballert so tot bravo tu wir kommen über die brücke 5 sind 25 scannt weiter auch auf die autos jede menge schuld aus der straße wohl behilfsmähen wir können nichts riskieren müssen langsam vorgehen wir haben extra den auswurf oben mit ihr durchs wasser können und wackelt er denn so man ich mache so schnell ich kann einige scheiße hier im ins von arschlöchern noch schneller und wir sind erledigt da oben und bringt uns endlich hier weg wo sind die anderen na gut da kommen die menge ziele über den fluss wo ist in der fluss wo sind noch echt viele er leckt mich am arsch aber nur fast wir sind im tunnel und schicken euch jdm pakete zur unterstützung dem tunel entlang oh oh verstanden dergatutu eagle six ist unterwegs und in zehn bei euch ich warte gern auf ein feuerwerk ich warte gern auf ein feuerwerk schöner als silvester, hurra! jau! dann mal los leute! rücke fort zu kirilenko! oh verstanden, lieber charlie! oh ich glaub den habe ich erwischt tschüss wo sind die denn? wo sind die denn? ich geh gar nichts mehr mit guten schwüler weggeflogen oh die hütten sind noch da genau jetzt zur siedlung konzentriert euch verstanden, worauf sollen wir uns einstellen? wir haben keinerlei infos über dieses gebiet die kümmern sich nur um die küste deshalb sind wir denen scheißegal aber wenn es brenzlig wird steht luftunterstützung bereit gut wo zum hänker sind die alle? warum ist keiner hier? scheiße wir wurden gesichter das da oben auf dem hügel ist ein zeus vorsicht wer hat zeus? was ist der denn hier? oh ach so ok das ist zeus ja dann werf die bomben ab und laber nicht nutsch nehmt angebungsbereit übermittelt eure korn stark bravo 2 hier riverguard das kommando süd plant bomben über kirilenkos position abzuwerfen ich hab versucht mit ihnen zu verhandeln aber keine chance die haben andere prioritäten ich konnte aber etwas zeit rausschinden geht da rein und stoppt kirilenko riverguard hier bravo 2 haben verstanden ihr habt den mann gehört bewegt euch gleich regnet's bomben und das war ein tag mit vielen hinterhalten ein bitte wäre wohl angebracht hör auf sie merken verdammt ich bin nicht hergekommen um mich jetzt abballern zu lassen gehen wir gut wir haben keine zeit lauf ich finde einen weg zu kirilenko ach ich will das ja den speicherpunkt erreichen wir sind ein bisschen kühl dran dann Bewegung Bewegung Das ist nicht verlo wir sind da oh er brennt hab ich hab ich doch nicht tschüss wo sind sie ha ha weg mir da weg ist er was das denn das will ich nicht das habe ich doch noch nicht mir ist da kann ich nicht mehr rein auch was anderes doch mit dem roten punkt oh man da wollte schon sagen was ist denn los moment im abfluss tun wollte schon kein scharfschützengewehr nehmen wir das was hat er nehmen wir das hat 200 schuss wie gemütlich der um die ecke kam auch noch mal hier einer ne tür falsche waffe in der hand sie haben befehl mich lebendig zu ergreifen genau danke erschießen wenn er sich bewegt immer die gleiche nummer wie bitte sie sagten machine wenn er sich bewegt aber das werden sie nicht sie sollten der wahrheit ins auge sehen die wahrheit ist wir sind die mit den waffen das ist eine ladeliste von der sangre del toro wer hat sie geschickt wir sollten lieber bald aufbrechen eckmeyer schickt sie richtig er ist wirklich gerissen das waren ein cleverer schachzug mich hier zu fassen schachzug er hat gut gespielt dass er so weit gekommen ist und sie auch das muss man ihn lassen das ist immer die labern immer viel zu viel das ist cool Wow, die F2000 Und vier Funkstationen, davon muss ich doch mal eine finden, ey Nur eine Und da geht's schon in die Wüste, Atacama Desert Schauen wir mal, ne Aber es lädt immer so lange los Das sieht heiß aus Es gibt einen heißen Level Ich sagte, wir wissen nicht, ob er tot ist Hoffen wir, dass es ist Ansonsten Ach, erzählen Sie uns was über das Schiff Die Sangre del Toro war ein Panama registrierter Frachter, der 49 vor der Küste von Peru verschwand Wissen Sie, was er mit dem Schiff wollte? Was er geladen hatte? Oder wie es in die Wüste kam? Nein, weiß ich nicht Aber wenn er es will, wollen wir es auch Dann viel Glück Hey, ich glaube, ich habe eine Lösung Verstanden Verstanden Geil Oh, Asynchron Iw Bravo, Joe, ich verschwinde hier Der Luftrauf wird der Ecke zu heiß für mich Tschüss Ich bin der Luftrauf hoch überlegen Eine Verkommung auf Stand-Fly, Go-side out Okay, finden wir raus, was die hier angestellt haben gut bevor wir den gegnerischen posten untersuchen mal erst mal cut also weiter geht zum nächsten part und denkt dran